Servus Leute, mein Name ist Leit und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und diesmal geht es um ein besonderes Video. Das ist der Abschluss von Episode 1 von Living in Space. Living in Space 2 ist bereits mehr oder weniger in Planung, allerdings möchte ich zwischen Living in Space 1 und 2 eine kleine Pause von Living in Space einlegen, während ich das KSP-LP mache. Ich denke, das sollte dem einen oder anderen sogar ganz recht sein. Was machen wir hier zum Abschluss? Ich wusste ja nicht, dass es der Abschluss ist, also hatte ich geplant, eigentlich die Man-Station weiter aufzubauen. Sprich, wir haben vor, jetzt mit dieser Rakete, die ich hier gerade am bauen bin, an der Station am Orbit anzudocken. Und tatsächlich wollte ich das eigentlich so bauen, dass wirklich mal eine schöne Aussicht eigentlich von dort hat, zumindest eine Person eine schöne Aussicht hat. Deswegen habe ich auch extra dieses Cockpit dafür verwendet. Ja, wie immer ist es vielfache Geschwindigkeit, diesmal jedoch nicht ganz so lang, keine üblichen 20 Minuten, sondern nur 12 Minuten, weil einfach nicht mehr mit Videomaterial zusammengekommen ist. Derweil kann ich euch gleich mal sagen, was für die Episode, für die Season 2 angesagt ist. In Season 2 von Living in Space habe ich vor, auf jeden Fall den Karrieremodus zu benutzen, ganz klar, denn der eignet sich für Living in Space meiner Meinung nach super. Auch super für die neue Season, ich muss dieses dämliche, diese dämliche Launcher-Stage nicht mehr tausendmal bauen, was natürlich sehr nützlich sein wird. Nun, das Ganze ist wie immer ein normaler Aufbau hier und ja, in Season 2 werden wir übrigens, also um wieder auf das alte Thema zurückzukommen, werden wir natürlich dann auch von vorne anfangen. Das heißt, wir werden einen unentdeckten Planeten, eine neue Welt benutzen praktisch, ein neues Universum und ja, wie gesagt, Story-Modus alles wird natürlich an ein oder anderen Stelle dann Wiederholung von diesen Einzelnen, aber es gibt auch Neuerungen. Beispielsweise möchte ich nicht mehr tausende von Satelliten in den Urban Orbit schießen, denn wie ich gemerkt habe, ist das beim Spielen nachher ziemlich unnütz. Sie bringen nicht so viel, wie man sich erwünscht und ja, habt ihr gesehen, dass die ganzen Satelliten, die im Orbit fliegen, im Endeffekt nur, ja, die sind eben nur Sicht, was ein bisschen schade ist. Also ich würde mir wünschen für zukünftige KSP-Version, dass man gewisse Satelliten in einen, praktisch einen Ordner legen kann oder so und die ausblenden kann. Das wäre super, aber ich denke nicht, dass das kommen wird. Im Notfall muss man halt alle Satelliten ausblenden, man kann sie ja zuweisen, was sie genau sind und dann einfach dieses Icon ausblenden. Das funktioniert ja bereits. Trotzdem, ja, es wäre ein bisschen nervig und deswegen lasse ich das einfach. Natürlich wird es weiterhin Satelliten geben, auch um den Urban Orbit herum geht ja auch fast nicht anders, aber es wird in erster Linie natürlich erstmal normal gehen. Und hier ist mir wieder was aufgefallen, was mir doch allzu gerne auffällt bei KSP und das ist das, also noch nicht, aber gleich werdet ihr sehen, was ich meine. Bei KSP gibt es ja seit der neuesten Version schon Random Unfälle. Hier ist auch einer passiert, das hat mich irgendwie gewundert und zwar passiert das ja öfters mal, dass der orange Tank tatsächlich einfach mal seinen unteren Tank absprengt, warum auch immer. Und ja, dementsprechend sind wir hier ein bisschen in eine unglückliche Situation gekommen, was natürlich schade ist, aber zum Glück hatten wir Fallschirme. Ich habe vorgeplant diesmal, also zum Glück hatten wir Fallschirme dabei. Ja, Living in Space wird ja wie gesagt dann auch natürlich die Erforschungsmöglichkeiten haben und da kommt ihr jetzt ein bisschen ins Spiel. Ich würde von euch nämlich ganz gerne wissen, auf welchen Tech-Tree ich gehen soll vorwiegend, beziehungsweise ich werde nicht alles machen, was ihr wollt, aber ihr könnt mir gerne Ideen da lassen, in welche Richtung ich gehen soll. Bitte nicht nur so Spoiler-Dinger wie, gehe nur nach unten, weil dann findest du ganz schnell Solar Panels. Und ja, das ist zwar ganz interessant, aber das ist so, ich würde gerne so ein paar andere Sachen, hier seht ihr übrigens mal, was ich hier, ich gucke mir hier mal alle durch, um zu recovern, was ich recovern kann. Da gucke ich alle Raketen mal durch und starte einfach die gleiche Rakete nochmal. Ja, auf jeden Fall würde mich das sehr interessieren, doch, wenn ihr mir schreiben würdet, in welche Richtung ich gehen soll. Vielleicht auch mal, auf was ich genau gehen soll, so nach dem Motto, die Regierung hat befohlen, dass wir das und das erforschen müssen jetzt, weil wegen Bananenbaum. Und, ähm, dementsprechend muss ich das auch, äh, dementsprechend vielleicht mir etwas schwieriger macht. Beispielsweise, wenn viele Leute dafür sind, könnten wir zum Beispiel versuchen, am Anfang nicht die Richtung zu gehen, die wir kämen, wenn Solar Panels gibt. Was allerdings das Ganze ein bisschen schwieriger machen würde. Es kann auch sein, dass die ganze Idee nicht so genial ist und ihr sagt, nee, spiel einfach so, wie du willst. Das könnt ihr mir dann auch gerne in die Kommentare schreiben, das würde mich sehr freuen. Also einfach mal in die Kommentare packen. Ja, ähm, wir wollen das Ganze, wir wollen deine Science ein bisschen beeinflussen dürfen, oder? Nein, wir wollen nicht. Und wenn ja, könnt ihr mir ja mal Ideen lassen, wie wir spielen könnten. Ihr könnt mir auch ein paar Challenges geben, also jetzt nicht solche Challenges wie fliege ich möglichst schnell zum Minimus oder, äh, versuchen mit der ersten Stage möglichst, äh, mit der, ohne irgendwas zu erforschen, und sofort irgendwie zwei Millionen Planeten zu besuchen, ähm, nein, mehr so, würde, ich würde gern wissen, sowas wie, ähm, Versuch, Raketen zu bauen, die grundsätzlich mehrere Triebwerke in der Startstage besitzen. Dass man einfach sagt, okay, äh, die Wissenschaftler gehen am Anfang davon aus, dass man mit einem Triebwerk nicht nach oben kommt, sicher, und deswegen mehrere Stages baut. Oder eben gerade umgekehrt, dass man sagt, Wissenschaftler sind der Meinung, dass man die Triebwerke nicht kontrolliert gleichzeitig zünden könnte, und man darf nur eine Rakete als Unterbetrieb benutzen am Anfang, um in den Orbit zu kommen. Was von dem Ganzen ich genau machen soll, äh, das könnt ihr mir natürlich in die Kommentare da lassen. Ich kann euch aber eins versprechen, wenn es mir irgendwann zu anstrengend wird, werde ich auch mal gewisse Regeln brechen. Ähm, ich werde nicht alles hundertprozentig nach euren Vorstellungen natürlich spielen, ist ja klar, es ist immer noch auch meine Serie, und ich möchte natürlich dann auch ein bisschen mich selbst so ein bisschen da drin finden. Trotzdem möchte ich meinen Zuschauer einbinden, denn wer mich zumindest schon länger abonniert hat, der sollte ja inzwischen wissen, dass ich ein sehr, sehr großer Fan davon bin, ähm, mit euch als Community mich zu unterhalten und einfach, ja, Spaß haben. Einfach mit euch versuchen, so ein bisschen diesen Kanal weiter aufzubauen. Und das funktioniert natürlich am besten, wenn ich euch auch ein bisschen einbinde. Bedenkt nicht, dass eure Kommentare auch nicht bei mir ankämen oder so. Also, ich lese durchaus so ziemlich jedes Kommentar, oder eigentlich lese ich alle Kommentare. Ich freue mich riesig über die Kommentare und freue mich dementsprechend natürlich auch riesig darüber, wenn ihr, äh, welche schreibt. Ich lese die, wie gesagt, fleißig. Ich antworte nicht mehr auf alle, alle Kommentare wie früher. Äh, das liegt aber unter anderem auch daran, dass es einfach viele Kommentare gibt, auf die man nicht so direkt antworten kann, weil es dann einfach so die Kommentare sind. Hey, hey, super Video gemacht, ja, da weiß ich meistens nicht genau, was ich darauf antworten soll. Aber auf Kommentare, die durchaus mehr Inhalt bieten, mir eine Frage stellen oder vielleicht einen nützlichen Tipp oder so, antworte ich in den meisten Fällen auch. Auch da gibt es Fälle, wo ich es dann nicht tue. Gerade, wenn es ältere Videos sind, mache ich meistens nicht, weil es meistens ein Tipp ist, den ich einfach schon x-mal gehört habe. Und ich, muss ich aus meiner Sicht sagen, äh, würde ich mir als Zuschauer verarscht bekommen, wenn dann x-mal Danke für diesen tollen Tipp unter dem Video stehen würde, obwohl er mir schon tausendmal gegeben wurde. Da würde ich mich als Zuschauer selber verarscht vorkommen, deswegen mache ich das nicht. Aber trotzdem finde ich es super, muss ich mal auch so zum Draufsprechen kommen, was meine Community sich so leistet. Denn währenddessen ich andere Communities auch von manchen Channels sehe, das liegt natürlich auch ganz klar unter anderem, ohne mich jetzt selbst doben zu wollen, das liegt aber schon zum Teil an diesen Leuten, wie sie den Kanal auch selber führen. Aber es ist oft auch gerne so, dass, ähm, ein Kanal eher mal ein paar Flamer hat und alles. Und ja, wir haben auch manchmal so unsere kleinen Diskrepanzen, wenn man es so will. Es gibt natürlich Kleinigkeiten, wo mich manchmal schon gestört haben. Es gibt Kleinigkeiten, die euch schon öfters mal gestört haben. Das passiert bei jedem und das ist aber auch gut so. Denn, ähm, Menschen haben grundsätzlich Konflikte miteinander und, also haben oft Konflikte miteinander. Das Wichtige ist einfach zu reden darüber und eventuell es zu bessern. Und ich denke, wir machen da eigentlich uns ganz gut. Gut, ich persönlich fühle mich sehr wohl in dieser Community um meinen Channel herum und freue mich immer, Kommentare von euch zu lesen. Natürlich gibt es manchmal Kommentare, die mich nerven, aber die meisten davon sind nicht mal wirkliche Abonnenten von mir, sondern sind irgendwelche, naja, ich weise hier drauf hin, dass ich ein Minecraft-Video gemacht habe mit einem Server, wo dick und fett eine Ankündigung draufsteht, dass keine Leute mehr zugelassen werden, weil der Server down ist. Und, äh, ich bekomme halt immer noch Kommentare, hey, kann ich auf den Server und ich sitze da, nein, da steht dick und fett da und das nervt mich. Aber das sind ja nicht meine Abonnenten, die das schreiben. Deswegen seid ihr eigentlich die falsche Adresse. Nun, ihr habt gerade gesehen, ich bin an der dunklen Seite des Mondes so ein bisschen mit hin und her wackeln vorbeigeflogen, weil ich einfach keine Lust hatte, mich auf der dunklen Seite des Mondes zu versuchen zu docken ohne Licht. Deswegen bin ich einfach daran vorbeigeflogen und habe versucht, jetzt hier das Ganze auf der hellen Seite zu machen. Mir wurde gesagt, ich soll mehr auf den Nuffball schauen. Ich habe das auch versucht hier mit Z-Docking, aber das Problem ist natürlich, dass ihr, wie ihr hier seht, ich eine relativ komische Konstruktion gebaut hatte zum Docken. Ich wollte halt einfach auch noch mehr Schiffe dran docken. Und, ähm, ja, das hat natürlich bewirkt, dass der Nuffball mir da unten wieder gar nichts gebracht hat. Diesmal wirklich nichts gebracht hat. Also, ähm, da, bis ich da rausgefunden habe, welche Richtung der alles guckt, das mache ich lieber mit Augenmaß. Dementsprechend ist das Ganze auch eine relativ komische Klockerei geworden. Das war relativ anstrengend, aber tatsächlich, ähm, hat das Ganze, ja, irgendwie meine Erwartungen gesprengt in der Schwierigkeit, denn ich wusste, dass es schwieriger wird. Aber das war so mal hin, mal her. Ja, und das Problem bei der ganzen Sache war nämlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich trotzdem diese, ähm, Stage-Dock, trotz, dass ich sie ausgerichtet habe und SES angeschaltet hat, sie wieder angefangen hat, sich zu bewegen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es, ich vermute es mal. Ähm, nicht viel, aber leicht. Und das benötigte immer wieder Nachkorrekturen. Dann war ich auch noch sehr, sehr wackelig. Aber, ähm, Spoiler-Alert, ich schaffe es dann doch endlich mal, na gut, bei diesem riesen SES-Tank, dass es irgendwann schon mal funktionieren sollte. Wir hatten ja, glaube ich, auch noch Treibstoff in der anderen Kapsel, falls gar nichts mehr klappt. Aber, ja. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall hier zu docken und, äh, das werde ich auch gleich schaffen. Das Video ist damit eigentlich auch schon so gut wie vorbei. Von meiner Seite aus war es das. Vergesst die Bewertung und die Kommentare nicht. Mein Name ist Light, over and out. Und, äh, das wird auch schon gut. Und, äh, das wird auch schon gut.